Liebe Pia, lieber Sebastian, ich bin sehr stolz und glücklich, dass ihr mich gebeten habt, euer Hochzeitsvideo zu drehen. Ich freue mich, dass ihr heute hier eingetroffen seid, um die Hochzeit unseres Sohnes zu feiern. Die Hochzeit unseres Sohnes und seiner Pia. Du heiratest übermorgen. Es ist schön. Wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt? Und warum ausgerechnet Sebastian? Weil ich ihn liebe. Ist schon alles ziemlich anstrengend. Kleiderprobe, Empfang morgen, dann Junggesellenabschied, übermorgen Standesamt, heute Abend und dann die kirchliche Trauung. Und ich weiß noch nicht mal, was ich mit meinen Haaren machen soll. Die Kamera aus! Die Kamera aus! Du hast einen Carlos eingeleitet. Bist du wahnsinnig? Alter Schwede! Das ist die Szene aus Annalenferno 4. Mach die Kamera aus, okay? Also wer ist Carlos? Mein Ex-Freund. Wir liegen die Altstadt. Da wollen wir ihn sehen. Verstanden? Was bist du denn für ein Geflügel? Ich dachte, wir sollten was komisches anziehen. Nach Hause, Altstadt, raus! Ich wette, das sieht jetzt total verwuschelt aus. Hier sieht es aus wie bei Hangover. Bist du? Ich bin Jackie und du? Wer ist denn die Bratze? Ich meine, es macht immer die Kamera aus. Auf keinen Fall. Die hat nur gestrippt und so eine Show gemacht. Eine Show? Was für eine Show? Ja, das fand ich gerade König der Löwen. Das Brautpaar ist noch nicht eingetroffen, wie ich sehe. Ja, dann verzichte ich natürlich gerne auf meinen Feierabend und warte hier mit Ihnen. Notfalls bis zum Morgengrauen. Echt? Ist er das? Oh mein Gott! Was? Der Fickst! Hunde? Hörn Sie, wir wollen Ihnen gar keine Probleme machen. Wir brauchen nur Ihre Hilfe. Es ist uns auch völlig egal, ob Sie Hunde poppen. Pff. Jetzt werden Sie mal nicht unverschämt. Ich kann Ihnen das Leben sehr schwer machen. Ich habe einflussreiche Freunde bei der Polizei. Wie denn, Kommissar Rex? Wie denn, Kommissar Rex?